dann darf ich jetzt auch anfangen rum zu fluchen und zu jammern und uns einfach stehen und dann einfach abhauen das mache ich mittlerweile ist meine dann bist du ja das geht nicht weil das darf nur jonas also dürfen also du machst es also hast das gemacht früher früher war mir lameter warum wir hatten eine diskussion über lameter über die jugend und früher war mir lameter es kann schon sein dass ich habe ein loch in meine tomaten auf jeden fall wir hatten schüler da und erstaunlicherweise habe ich mir gedacht ich sprechen genauso wie michael das hast du dir so gedacht ja das ist ja aufregend also es war eher beängstigend und ich wollte sterben aber vier das heißt das sind 80 ok wie kräer basic crafting 3 wird jetzt willst du mich schließlich so scheiß drauf jetzt habe ich die nase voll sag mal erst mal basics hier so ich brauche bestimmt pfeile wo sind sie wo sind meine pfeile habe ich geklaut habe ich gegessen aber ich hätte so gerne eine jetzt vor dazu brauche ich definitiv noch bestimmt zwei ton dann essen wir noch mal ein paar stomach ist voll dabei wollte ich also ich wollte ja eigentlich dachte wir machen verdrehte rollen und dann wollte ich eigentlich stehen kai machen und kai macht den jonas und jonas macht mich oder so nein nein ich mach's dir mach's dir selbst ist ja eklig als ob als ob als ob das jetzt hier gerade lecken tut der leckt wo dran war nice ich will auch rein heißen nice ice äh eis ist manchmal heiß oder weiß und hat sein preis oh gott jetzt wir machen gerade wirklich rollentausch das ist die besprüche sind ja sonst mein scheiß gell ja oder oder auch meiner durchaus aber aber von kai ist man das eigentlich weniger gewohnt oh ja also ich mach den jonas kai macht dann offensichtlich mich und dann musst du den kai machen jonas du musst jetzt auch in zwei minuten schon dein erstes schloss fertig haben aber aber so wie du gerade los liegst mit den mit den ganzen rezepten und so kommt das ist ja schon ganz gut hin die dumme sau was da wirst du aber auch von jedem dritten beleidigt irgendwie ach quatsch hier weg damit ich mach mal so und den mann will dich immer weg haben hä geh weg gekochte triebe ja prerielilienmus lagerfeuerbohnen ähm campfirebisons rik raiat campfirecooking jetzt muss ich campfirecooking lernen alter das habe ich schon vor drei Stunden gelernt ich bin der kai ach weißt du was ich werde mir in der rolle gerecht oder wirst du in der rolle gerecht ach scheiße das hätte ich jetzt natürlich auch noch machen können nein ach verflixt ah dass man auch nicht filtern kann nach sachen die man bauen kann und sachen die man nicht bauen kann oder gegräte rübe gegräte rübe gegräte banane 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 ich glaube nicht dass du was gegräte prärie zwiebel wer war jetzt Kai war jetzt ich ja Kai war nein ich war du ich war du ich war du du warst er und er war du du warst er und er war du ne ich war du hä vom Stamme der vom Stamme der vom Stamme der kacke naschen ja du bist vom Stamme der kacke naschen und ich bin vom Stamme der kacke äh äh kacke machen ja kacke ne doch kacke machen ne doch äh wie heißt denn das das hieß ja wo ich schon 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 wohnen ja kacke naschen und kann ich jetzt eigentlich nein kann ich nicht natürlich nicht ich kann immer noch nur einen ok ich kann immer noch nur einen einen Haufen legen einen Haufen oh Gott alter und ich baue natürlich irgendwo Nase 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 bleib hier Nase 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 ja ich bin Köl was ne ich bin Köl du bist Köl bleib hier ich will dich nur töten äh blip 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 ja alter so ein Skillshot geil richtig geil so quasi normal tschüss Hase da hinten ist noch ein Bison da da Schildkröten jede Menge Schildkröten Kann man die eigentlich auch ich kann eigentliche vorstellen dass ich sowas sage Schildflöten und ob du hast sowas schonmal gesagt Schildkröten Schildkröten jede Menge Schildkröten wild ist das jetzt Oh, ich habe die Pfeile nicht mitgenommen. Wieso? Du musst was pfeilen. Ja. Krass. Äh. Okay. 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 Hallo, Mr. Bison, mein old friend. I make you very, very rent. I pick you up with my Pfeile there. But you don't die, that carries me much mehr. Jetzt bist du ich, oder? Ja, ich war ja die ganze Zeit du. Oh, nee. Ich greife doch vor dich. Nee, ich bin du. Du bist er und er ist ich. Hä? Muss ich das alles mehrfach? Ja. Okay. Einmal bitte aufschreiben. R-E-T-T-U-N-G Die Rettungshilfsvereinigung im Mittlerz jauchzt das Herz und macht einen Riesensprung. Gleich scheißen wir unseren Namen. Denn wir sind vom Stamme der Kacke naschen. Die Eichel von Franz Eichel. Speichel. Das war vor langer Zeit. Ich hab Sauerstoff gespart. Ich hab Sauerstoff gespart. Hä? Ich merk's schon. Deswegen läuft dein Gehirn auf Energiespann-Modus. Hm. Hm. Ich versteh nicht, was du meinst. Ne, ich holen. Prä-Ri-Li-Li-Li-Lien-Modus. Uff. Puh. Ich bin ein bisschen Hase. Ach, Haare sind Hasen. Also verstehst du? Nee. Ich auch nicht. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Ich kann gekochte Äste machen, wie die wohl schmecken? Ja, geil. Aber dafür muss ich noch den Todes-Pitch-Production lernen. Todes-Pitch-Pitch- Ich kann ein Lagerfeuereintopf? Alter, was ist das denn? Fett? B-B-B-B-B-Korn? Bulbs? Bulb-B-B-B-Korn? Scrap-Meat. Wie lange braucht denn das hier noch? Das braucht ja noch mindestens 13 Minuten. Alter, in der Zeit verhungere ich. In der Zeit bin ich verhungert. Bin ich oder bin ich? Bin ich verhungert. Holz. Ich könnte Holz lernen. Oder Holz essen. Holz. Ich und mein. Ich und mein. Holz. Holz. Ohne Sense. Hier kommt. Die Sense, die bauen wir uns. Alles Sense. Oh ne. Okay. Was? Wenn ihr das so sagt, dann wird es. Dann wird es Stimmung. Dann wird es schon Stimmung. Weißen, woran ich gerade gedacht habe. Ja, ich auch. Bananen, Säger, ne? Na sicher. Alles Sense. What? Setz-Mex Sense. Setz-Mex Sense. Setz-Mex Sense. Repair-Kost. Menschen halten. Okay. Okay, okay, okay. So. Repairn können wir auch schon. Krass. Dann brauchen wir jetzt nur noch Lotz. Lotz. Ich brauche ein bisschen Lotz. Theo! Ich fahre nach Lotz. War mal ein Bananenbrot. Vier fahren. Da sind also vier Menschen unterwegs. Vier Menschen. Doch wer sind diese vier? Sind es die vier Jahreszeiten? Sind es die vier Muskeltiere? Oder sind es gar vier alle? Vier alle. Wer weiß, meine Samen und Bären. Theo! Wir fahren nach Lotz. Und das. Kennst du nicht? Kennt er nicht. Kennt er nicht. Zu spät geboren. Ich weiß nicht. Du ja eigentlich auch schon. Nein, ich kenn das. Das kenn ich. Das kenn ich. Das kenn ich. Weiß du mal was? Ich hab Angst. Nein, nein, mein Sohn. Das brauchst du nicht. Nein, nein, nein. 3-1. Nein, nein, mein Freund. Ich hätte gerne. Ich hätte gerne. Femmes Wippe. Femme. Was? Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Salz. Von dem hier. Da ist ein Trotan. Ich hab Firewood Shoots. Was für ein Shoots? Ich hab Firewood Shoots. Was? Firewood Shoots. Immer die Kartonle aus dem Mund. Firewood Shoots. Firewood Shoots. Das ist die Fingerzware. Ja. Wir gehen jetzt ins dicke Fingerspaar. Kennt er wieder nicht. Da guckt er nur. Da guckt er nur. Herr, du nix können. Da könnte ich mich wieder schwarz ärgern. Geht er und chillt. Er sitzt den ganzen Tag in der Sonne und chillt. Seh ich den da chillen. Am Freitag. Du belügst dich doch selbst. Du chillst doch nicht. Du hängst rum. Du faule Sau. So, hier wird erstmal Rasen gemäht. Krass, es gibt frittierte Tomaten. Ja, habe ich schon. Habe ich schon. Das läuft doch schon, Jungs. Das läuft doch schon. Like Schweiß in der Sahne. Also sehe ich das richtig, dass ich wieder koche? Koche und Müll. Und Öl. Das passt ja perfekt zusammen. Wo ist eigentlich Kochen? Hier. Gekochte Triebe. Jetzt kann ich auch gekochte Triebe machen. Das ist doch toll. Die heißen Triebe. Doch schön. Die heißen Triebe. Was? Also die heißen nicht so, sondern die sind ganz heiß. Voller Triebe. Kochen? Nicht ne Stadt? Ja ne Stadt. Aber wer kocht die? Kochen. Ich koche sie nicht. Kochen, kochen. So. Dann brauche ich hier. Ja nicht kochen, sondern kochen. Mit M. Kochen. Kochen mit M. Kochen. Kochen mit M. Kochen aufschauen. Kochen aufschauen. Kochen mit M. Kochen mit M. Mahl gucken. Mahlzeit. Äh. Pien. Ne Werkbank habe ich doch schon. Warum sollte ich die noch mal bauen? Landwirttisch. 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 Fischerei brauche ich auch noch. Oder muss ich jetzt mal Fischerei lernen? Also ich habe eine Brücke gebaut. Mit einem Baumstamm. Ist die in der Luft? Hä? Ist die Brücke in der Luft? Da ist so ein Baumstamm. Ist das eine Luftbrücke? Ne ne ne. Da ist was anderes gewesen. So viel Ahnung von Geschichte habe ich. Geschichte? Fiege ich dir. Ich komme mir gerade vor wie bei Vicky und den starken Männern. Kennt ihr diese komischen Schaufeln, die die da hatten, die gar keine Schaufeln waren, sondern eigentlich nur gebogene Äste mit dem Griff dran? Und damit haben die gebuddelt. Das ging auch. Nein. Das geht nicht, Jonas. Was? Doch. Als die zum Beispiel einen Tunnel gebuddelt haben. Der Schnorrer und der Dingsbums. Der Schnorrer. Der Schnorrer. Und da haben die so Holz gehabt zum Buddeln. Der Schnorrer. Ja. Als die den Zahn gefällt haben mit dem Maus und dem haben sie den an einen Pfeil gebunden und der eine hat ihn festgehalten und nach oben geschossen. Der Schnorrer. Mit dem Strick und dann den Strick um den Zahn und dann hat der die Fresse gehalten und dann ging es. Der Schnorrer. Der Schnorrer. 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 Schnorrer Schnorrer. Äh, Level 1. Level 1. 5 ohne Fishing Pole Receipt. Wo mach ich denn die Fishing Pole? Crafted at Fischerie. Ist das dein Ernst? Jetzt muss ich hier die Fischerie noch? Jo. You are too hungry now. Fischerei. Flocklock. Flocklock. Loomus Samen. Besasamung. Besasamung. Besasam. 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 Der Herr, der baut auch schon wieder neue Bäume an. Seh ich das richtig? Wer? ja du ich ja er so viel ich kann ja kannst du das bei mir auch mal machen ach die jacke brauche ich noch genau die tue bist du eine fee du kannst dir bei mir nichts wünschen gibt es hier irgendwas zu essen guckst du in die kiste aber nur gucken nicht anfassen also du darfst dir das essen mal angucken mal dran riechen mal dran riechen mal riechen aber wir wehe du fest an das ist quasi wie mit den frauen die auf der straße stehen nicht anfassen aber gucken